hallo freunde das kann youtube sports ein wunderschöner youtube und hier ist und zwar von ccg und mit dabei ich bin und die blut ja okay ich bin gesperrt so das ist unser erstes let's play keine ahnung geil ich würde direkt aussetzen ja und jetzt jetzt alle mal karten tauschen ja das macht man so ich habe das jetzt nicht langweilig das ist eigentlich das ganze freunde das erste auflage und ja in dem sinne wir nennen uns ccg jetzt das heißt the crazy community gameplay ja genau dranken pirat du bist dran hätte nicht gleich über die 14 karte legen können hätte man es das ja rausgekommen dem auf grün oder da gibt es aber ihr habt eure aufnahmen gerade auch laufen nicht dass es vergessen hat sie mal vier und ich hätte gern aber was was ich dazu sagen ich darf nicht verlegen jungs macht jemand auf grün macht jemand auf grün ja genau genau so die karte weg ach das sind beide ja meine scheiße die wand ja jetzt hat er verkackt aber in letzter sekunde alter was machen das jetzt schon wieder ja ja so geht das ich mache ja kein grün wir uns machen ja kein grün jetzt wird es jetzt wird es galaktisch was ich krieg der karten bis ich kann du kriegst hier keine grünen vergiss es ja das ist nein der wünschte grünen kriegst du keine gelb wie es eine grüne rauf es reicht mir schon mal ja das ist natürlich perfekt jetzt nein ja was ist das für karten viel spaß damit ja ja gelb hast du nicht musste ziehen ja hat überhaupt irgendwas blaue karten wahrscheinlich außer bruder doch gleich die ganze hart voll mit blauen karten ja was gibt es denn grün gelb ja okay ich wünsche mir gleich blau weil niemand blau auf der hand hat dann wünscht halt blau wir haben uns mussten weil er kein gelb hat nein nein jetzt noch mal plus vier plus fünf wo sechs stopp sieben höh auf plus acht der mobbing-Zeit alter zehn karten ey okay crazy hat neun oder das ist noch eine wenige aber was soll's äh muss ich karten ziehen ganz nahm ist dass du vor mir karten geschaut hast dass ich das jetzt alles ziehen soll ja crazy team ja ich habe zwei karten gezogen frakka geblau du penner nein das ist ach wie langweilig wie geht das mit diesen karten wechseln ist das random ja das ist 0 und 7 um garten zu tauschen so komm crazy wir zwei und ich wir beiden zusammen sind schon sechs das muss gut überlegt sein ja crazy viel spaß nein geht doch schon wieder los oh gott sei dank schade schade ich wollte jetzt eigentlich schon da plus zwei ha 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 du bist so ruhig geworden ja ja ich muss mich doch wieder karten ziehen bis dann geht nicht mehr mir bringt halt das karten wechsel nicht mal was nein so ist doch schön was passiert denn wenn die zeit abläuft und man nix macht dann ist der nächste dran ja ok hast du vergessen hast gepasst ist also in der theorie besser als karten zu ziehen ja ja nee deswegen frage ich ja natürlich sieht man äh ich mach jetzt einfach mal den da wahrscheinlich oh das ist ein ding ist schön was willst du von farbchen rot ja wenn du es willst kriegst du sie gleich wieder zurück ja 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 brennt dir die hose das schlimmer ist halten nein ja ich komme gar nicht mehr zum mobilen und bei es kommt kaum zu jetzt gleich wir wussten muss ich für den karten das rauschmeißen so alles gut alles gut das mit karten wechseln habe ich doch noch nicht kapiert aber ok Mann, geh! Wenn du ne 0 oder ne 7 schmeißt, Crazy, kannst du wechseln, egal mit wem. Alles klar. Joa, senkt du. Ah, so geht das! Du, du asozialer Scheißhaufen, ey! Also das Richtigwechsel zählt aus Null, das ist auch gut zu wissen. Ich arbeite mich schön runter, ja genau. Ich arbeite mich rauf. Ja, mit Geld kann ich hier nichts anfangen. Niemand kann hier was mit Geld anfangen. Doch, Quiro schon ein bisschen. Ja! Ja, Crazy! Ja, was denn? Ja! Nein! Boah! True! Ja? Scheiße, sind wir die Erdbeeren, ey! Das ist natürlich super, dass der jetzt gerade 2 wird. Ah, stimmt, ich hatte ja keine Grün mehr, da war ja was. Ah, viel Spaß, kannst du weiterziehen. Wenn du keine Grün hast. Der hat ja keine Grün mehr. Okay. Weil jetzt nicht alles. Außer sinnvoller Karten. Ein Grün ist gerade so, ne? Da bitte! Oh Gott, ne, ich will meine Karten nicht zurück. Äh, okay Crazy, alles klar. Machst du nicht kapieren! Du hast ne Schrottkarten, ey! Da war der Zils groß. Sorry, ich hab einen trockenen Hals, ne? Ach, nö! Soll ich die Farbe, danke! Ja, Moise, du bist all! Da geil! Äh... Nein! Nein! Danke! Bei der 0 kann man sich's nicht ausruhen, wenn wir was tauchen. Das kann doch nicht wahr sein! Was macht denn da? Na, ich muss auch ziehen! Ja! Nein, ich weiß es nicht gut! Na ja, ist doch schon gut! Du kannst vier ziehen! Und auch noch elf! Ey, jetzt! Sie muss denn noch mehr ziehen? Dankeschön für's Richtungsmächse! Ich hab gerne das! Der kennt mich, Alba! Oh, Mann, ey! Gott sei Dank! Oh, Scheiße! Gut zu wissen, er hat keine Rot! Finde für dich? Finde für dich? Das ist echt geil, ey! Oh, Alter! Ey, aber wehe, wenn einer den Stapel kriegt, dann ist mir das Geschrei groß, ey! Ja, ja! Das ist nicht dein Ernst! Mann, Alter! Du hast ja kein Geld! Du hast ja kein Geld! Nein! Ja, das ist mir egal! Bei die zwei spielen ja eigentlich, dass ich schneller fertig bin! Das gefällt mir jetzt! Ja, mir auch! Ich hab nix dagegen! Oha! Du bist halt so fiech! Ja, so schlecht geht das Spiel hier nicht! Nein, 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 nein! Nee, das ist der Scoot! Ist doch gut eingestellt! Da! Wollen die sind ja die üblichen Sachen! Wir sind dran! Jo! Bin dabei! Leider ja! Ja, leider geil! Doch, nö! Geht doch weg mit der Farbe! Die mag keiner! Ja! Garstiges Elbenwald! Gern! Du, das war die beste Nuller des Lebens! Ey, guck mal! Ich kann mal immer gelb legen, Alter! Ich leg nichts anderes jetzt mehr! Ich hasse euch alle! Was hast du? Kein rot! Was ist los? Erst kein gelb, jetzt kein rot! Jetzt läuft aber! Okay, hier, komm! Ich bin nicht dran! Die haben genau zu den Karten gewechselt, die auf einmal nicht mehr auf dem Pfälze sind! Ja! Läuft! Ja! Oh nö! Bring ne blaue! Virus! Nein! Oh ne blaue! Oh ne braue! Äh, braue! Brause! Ja! Ich sag dazu! Nur Ohno! Nein! Scheiße! Wenn! Nein! Boah! FD-Sinn! Mann! Aber es ist so schön, Winn! Ärgerlich! Na dann, ab's null! Oh! Hey, ich die Karten sehe, kriege ich schon direkt wieder Augenkrebs! Richtungswechsel! Schmitten Doppelrichtungswechsel! Was macht ihr mehr? Hallo? Jetzt macht ihr auch mit Blau, oder was? Ey, ich fasse die Karten nicht! Oh! Ey, ja! Okay, besser! Äh! Danke, Pru! Vielen, vielen lieben Dank! Bitteschön! Och! Komm schon! Hier! Hier! Gelb von gerade! Ja, ich hab'n Gelb mittlerweile! Aber halt leider nichts geiles mit Gelb! Oh doch! Ein Geschenk für dich! Action! Ah ja! Uplay, Bob! Schließen! Scheiße, ne Aufnahme! Ich hab' 11 Cards! Ist ja kein Gelb! Ist ja kein Gelb! Dadadadam! Ich hätte ganz gerne eine 7! Okay! Ja! Nimm mal hier Karten! Ja, alles gern! Krollt da jemand! Also ich bin gesperrt! Äh! Bitteschön, Pru! Ja! Ja! Du musst mit raus weiter sperren! Das darf doch nicht! Äh! Ich spiel' hier noch! Ich spiel' hier noch! Ich hab' schon wieder gesperrt! Pru! Du hast auch noch gesperrt! Ich hab' auch noch gesperrt! Ich hab' doch nichts! Ja! Das kommt davon! Das kommt davon! Nein! 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 Ja, ja! Best gehabt, will ich mal sagen! Nein! Ey! 10! Jawohl! Geil! Mutti, du geht's ja richtig gut ab, du! Sch souponisch! istht. Jawohl! Hier! Jetzt gibt's Grün, ey! Ist mir doch egal! Ich spieleale Grünen. Wir brauchen nicht gelb! Hahaha! Na, Farbe? Was? Gelb wird wieder? Alles klar! wie hoch hast du gelb nö ja sag mal willst du überhaupt noch legen heute Tobi nein kannst du ihn noch legen da kriegst du grün ja was machen die hier auf den Sack oh hast du hallo na dann sperren wir halt wen Virus bitte ja man das war echt tricky das Opfer ne Runde uno wieso achso das sind neun ja nein oh nein oh oh my goodness ach ich hab hier kein blauer jetzt muss ich wahrscheinlich so viel ziehen ach doch nicht um eine karte weniger irgendwie muss ich durchgehend aussetzen mit trotzdem nicht der mit dem mit wem willst du tauschen mit mir oder was mit dir habe ich gerade getauscht ja jetzt hätte es sich gelohnt ne auch nö nämlich er bettelt schon drauf ja wie kann ich das so mit dem pfeil das wot die ist so frech ja ja er muss sowieso ziel ja ja so muss es sein so viel ah schön ist es Gott sei Dank habe ich das sieben gezogen ich weiß auch gleich mit wem ich tauschen werde nein ah mann das gelb ich mag nicht ja tobi setzen 6 aus da bitte aussetzen soll ich du sollst du sollst nee mach das nicht ok ja nein mach was ja wenn du mich schon so schön bitte ich hoffe du hast eine plus 2 für ein virus nein habe ich nicht ich habe keine plus 2 ja du wichser du wichser ich habe kein blau ich habe kein blaues ich habe kein blaues ich habe kein blaues ich habe kein blaues du bist so fies du bist so fies erst muss sowieso ziehen jetzt jetzt 2 zu mir war erst kein blaues gelb gut gemacht das ist gelb bisschen gelb sein ja noch 27 auf ist es in 9 oder 6 weiter grünen machen nicht weiter jawohl ja ja halb so schlimm ich wollte schon einspricht du hast du gesagt nein du verdammter drecksack du tust das jetzt nicht du bist so fies so was wie eine 4 ziehen werden ja ja viel spaß das gibt es ja wohl sie du lauch hat kein rot ja crazy ich stehe egal lass mich ziehen ja ja umso besser kann er gleich tauschen kann ich nicht vielleicht habt ihr ja durchgehend plus zwei wie schaut es ist mir scheißegal einer muss sie ist die falsche farbe was soll ich mit dem scheiß aufsetzen ziehen lassen ich hätte mal lieber meine behalten das war jetzt total sinnlos aber okay gibt's geld weiter das ist gut das gefällt mir oder du musst ihn ist halb so schlimm jetzt aber jetzt bin ich aber auch nein ich habe jetzt nur zu sagen wieso habt ihr nicht zu sagen doch ich hoffe schon ich habe das